Hallo, wir sind die kranger Gaudiburm, auch bekannt als Drunken Sailors, der kleinste Shantikor der Welt, oder zur Weihnachtszeit als Duo Christmas. Sie vermissen in dieser schlimmen Corona-Zeit musikalische Darbietungen und ein bisschen Entertainment? Ihnen fällt die Decke auf den Kopf, weil es Party nur noch im Fernsehen gibt? Sie haben Geburtstag und können nicht feiern? Sie möchten mal etwas Ausgefallenes verschenken? Sie brauchen mal wieder Live-Unterhaltung? Wir haben uns genau deshalb ein mobiles Entertainment-Konzept ausgedacht, mit dem wir in dieser Zeit trotzdem so ziemlich an jedem Ort für Sie auftreten können. Unsere umgerüsteten Bollerwagen sind mit akkubetriebener Tontechnik ausgestattet und so kommen wir wirklich überall hin. In den Aufzug, vor den Balkon, in den Hausflur, durch enge Gassen, Fossfenster und so weiter. Natürlich achten wir immer auf den Abstand. Singen mit Maske ist ebenfalls möglich. Wir bringen bei Bedarf auch Hygieneschutzwände mit und passen uns so allen strengen Maßnahmen an. Wenn Sie uns für ein Ständchen vor das Fenster buchen, müssen Sie sich also nicht sorgen. Wir stehen immer im ausreichenden Abstand zu Ihnen. Buchen Sie uns beispielsweise für eine Senioreneinrichtung, halten wir uns natürlich an alle Vorgaben. Viel mehr Informationen erhalten Sie telefonisch oder per Mail. Viele Grüße, bleiben Sie gesund und dann vielleicht bis bald.